Kämst du rein? Das läuft ja schon, um Gottes Willen. Von hier, korrekt. Im ersten Kill Bill ist da die Sache mit den Brautschuhen. Denn da sieht man was, wenn man von unten auf die Braut schauen kann. Und das war eindeutig, zweideutig formuliert. Scheiße. Im Animationsfilm Rango spricht Johnny Depp den Hawaii-Hemd. Nochmal. Im Animationsfilm Rango spricht Johnny Depp den, nicht den, das. In Fear and Loathing in Las Vegas spielt Johnny Depp den voll abgedröhnten Journalisten. Jetzt habe ich den Namen vergessen. I knew there was more than one of them. Aber sie fallen, nochmal. Die erstaunten Bonzen, die da links im Bild aus der Hintertür des... Auf der Anzeige... Auf der Anzeigetafel im Hin... Da hast du den Zunge gebissen. Ja, aber die geschafft. Au. Achso, und links daneben ist... Nee, andersrum. Scheiße. Eine sehr viel weniger subtile Batman-Anspielung ist aus dem End... Hm. Sich nicht ganz ähneln. Anders, dass sie nicht ganz gleich sind. Ich war nämlich im Toys R Us und hab dem... Toysaurus, bitte. Ich war nämlich im Toysaurus und hab dem Noam, dem Sohn von Fabian Sigismund zu Weihnachten, den Buzz Lightyear gekauft. Und stand an der Kasse und hab mir so, oh, der ist schon cool. Und lauf zurück und hab noch einen zweiten von Fabian gezogen. Ich dachte, du hättest jetzt den behalten. Und dann hab ich gesagt, ja, Noam, ein urban aussehender Puerto Ricaner hat ihn geklaut. Ja. Nochmal. Bei mir funktioniert der gewünschte Affe... Affekt. Affekt, Sie-Fekt, Miss-Fekt. Das ist bei weitem nicht die einzige Shining-Anspielung, die es in Toy Story... In der Toy... Nochmal. Ein 1973er Oldsmobile Delta 88 in gelb. Habt ihr mal? Ist das sogar richtig? Oder etwa doch, da war ein Haker drin, nochmal, nachspielen lassen. Und es ergibt auch innerhalb der Logik des Films, da war ein Haker des Films, des Films, Shit, nein, aber Hans Zimmer hat sein Orchester, Orchester, mhm, eigentlich in fast allen seinen Filmen, außer natürlich Schneller als der Tod, denn das ist ja eigentlich der Beste. Das war doof. Neben dem ersten, der war schon okay. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Au reiinct, Pontios-Fekt. rer